So, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Heute wieder Podcast, Figurmacher-Podcast on demand, das heißt nach Bedarf. Das wird ein Podcast hier als Instagram Live, ihr könnt mich also sehen, ich werde es später auch hochladen. Oder ihr könnt es auch später auf Podigy einfach nur hören, was für euch besser ist. Und ihr seid natürlich eingeladen, heute Abend sehr viele Fragen zu stellen zum Thema Eiweißpulver, zum Thema EAA und vielleicht machen wir auch noch BCAA und vielleicht machen wir auch noch Booster. Ich habe dieses Video gemacht, weil ich als erstes eine Umfrage gemacht habe, habe gesagt, hier kennt ihr euch aus mit Eiweißpulver, wer möchte da noch was wissen? 89% haben gesagt, ja, mach bitte das Video, das mache ich natürlich gerne, die 10% oder 11% von denen, die abgestimmt haben, ich weiß alles, brauchst du nicht machen. Und darauf bin ich gekommen, weil ich immer wieder feststelle, dass viele Leute mit Eiweißpulver gar nichts anfangen können. Beziehungsweise das auch verwechseln oder auch sagen, da ist ja ganz viel Zucker drin, das macht ja nur dick oder andere, oder man kriegt davon Nierenprobleme oder Pickel oder alles Mögliche. Und heute wollen wir mal aufklären, welche Eiweißpulver gibt es überhaupt, nicht über die Eiweißmenge können wir auch ganz kurz reden. Die Eiweißmenge, wie viel Eiweiß soll man am Tag essen, also ungefähr 2 Gramm, also die Richtlinie sind 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht für Menschen, die körperlich aktiv sind und die Muskeln aufbauen wollen. Das kann auch noch höher gehen, diese Menge, natürlich wenn man sehr viel trainiert und vielleicht weniger Kohlenhydrate isst. Jetzt ist immer die Frage, wie ist die Basisernährung, ist die Basisernährung auch mit sehr viel Kohlenhydraten drin, dann übernehmen die Kohlenhydrate die Energie und sind dann auch Eiweiß sparend, dann braucht man nicht so viel Eiweiß essen. Aber viele Leute haben so Angst vor Kohlenhydraten oder die machen müde oder dick, also essen sie insgesamt weniger. Und wenn oben die Kalorien insgesamt runtergehen, dann musst du die natürlich runtergehen, dann musst du immer sehen, dass Eiweiß relativ hoch bleibt und dann bleiben nicht so viele Kohlenhydrate über. Beziehungsweise wenn du eine Kalorienmenge hast und du sagst, du isst viele Kohlenhydrate, dann brauchst du nicht so viel Eiweiß. Also letztendlich kann man jetzt nicht nur den Eiweißwert als Einzelnen sehen, wenn du jetzt ganz bescheuert wärst, dann würdest du sagen, jo, ich esse 3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn du jetzt 70 Kilo wiegst, dann würdest du, 70 mal 3 sind 210, richtig? Ja, 210 Gramm Eiweiß, 210 mal 4 sind ungefähr 900, das sind also 900 Kalorien nur aus Eiweiß. Da würdest du keine Muskeln aufbauen, weil du brauchst insgesamt ja auch noch andere Kalorien, du brauchst Kohlenhydrate und Fett, um Muskeln aufzubauen. Also nur die Eiweißmenge zu betrachten, bringt erstmal wenig. Und darüber könnte man auch ein ganzes Video machen, aber wir wollen heute mal nur über das Eiweiß reden. Und gerade über das Eiweißpulver, ist das alles so böse oder ist es sehr gut oder welches ist gut und welches ist nicht so gut. So, es gibt erstmal grundsätzlich zwei verschiedene Eiweißpulverquellen. Das ist einem wieder tierisch oder vegetarisch oder auch vegan. Ja, es gibt auch tierische, es gibt tatsächlich, es gab mal Beef-Protein, es gab mal so Rinderfleisch-Eiweiß-Protein, gab es mal von so einem ganz berühmten Bodybuilder, das schmeckt auch ganz komisch. Aber die Leute haben es getrunken, weil Kai Green das auch getrunken hat. Kai Green ist eine große Nummer, wenn man so sagen will, im Bodybuilding. Kollagenes-Eiweiß wäre ja auch komplett tierisch, also die Gelatine oder das Kollagene-Eiweiß, diese Leptide. Und vegetarisch wären dann so Milchprodukte. So, also wir haben Milchprodukte und dann haben wir auch noch die pflanzlichen Sachen, zum Beispiel Sojaprotein ist sehr bekannt, Reisprotein ist bekannt, Erbsenprotein, Hanfprotein. Und die Frage ist jetzt, gehst du in den tierischen Bereich oder in den pflanzlichen Bereich beim Eiweiß, das liegt natürlich ganz einfach an dir, wo du sagst, ich möchte grundsätzlich nichts vom Tier essen, weil du vegan bist, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als vegane Pulver zu nehmen, weil auch die ganz normale vegane Ernährung hat zu wenig Eiweiß zum Muskelaufbau oder zur Straffung. Es gibt ja kein richtiges veganes Produkt, das nur Eiweiß enthält, gibt es ja nicht. Wie beim Fleisch hat eigentlich nur Eiweiß, kaum Fett, kaum Kohlenhydrate. Das gibt es im veganen Bereich nicht und deswegen muss man Eiweißpulver nehmen, wenn man sich vegan ernährt und möchte ein Top-Body oder mehr Muskeln oder weniger Fett haben. Oder du sagst, nee, ich kann die tierischen Eiweiße nicht ab, die sind mir irgendwie nicht gut verträglich oder ich habe jetzt auch ein paar Frauen, die mir gesagt haben, tierische Eiweiße trinken sie nicht mehr, weil sie davon Pickel bekommen. Und von den pflanzlichen Produkten oder von den veganen Produkten bekommen sie keine Pickel und deswegen fallen die raus. So, das kann alles sein und jeder wird da seinen Grund haben. So, alles in Ordnung. Wenn wir uns jetzt einfach mal so die Proteinkonzentrate anschauen, die sehr populär sind oder die es eigentlich schon immer gab, dann gibt es die auf Milchbasis. Milchbasis. So, und dann gibt es so ein Wort, das heißt Kasein, das wäre also das Milchprotein. Und das Milchprotein selber, das wird beim Anrühren sehr dick. Ja, das wird immer dicker und dicker und bildet im Magen auch ein Gel und sickert ganz langsam durch den Körper durch und versorgt dich sehr, sehr lange mit Eiweiß, mit Aminosäuren. Also die Aminosäuren sind die Bausteine des Eiweißes, sodass du sehr lange sehr satt bist. Das ist für manche sehr gut. Die sagen, super, das wird so dick und das ist so lange im Magen. Das ist total klasse, da bin ich lange von satt. Deswegen ist Kasein meine erste Wahl. Der Bodybuilder würde sagen, ich trinke abends vom Schlafen gegen Kasein oder ich esse meinen Quark, weil der über Nacht zeitversetzt oder neu durch Time released Eiweiß freisetzt und dadurch habe ich immer Aminosäuren zum Muskelaufbau. Das sind so zwei Sachen, die das sogenannte Milcheiweiß oder Kasein halt bringt. Das sind die Vorteile. Nachteile vom Milcheiweiß ist gerade, es gibt so ein sogenanntes Kasein A1 für Leute, die Hashimoto haben oder die Magensäureprobleme haben oder irgendwelche Autoimmunerkrankungen, die kommen mit diesem Kasein A1 überhaupt nicht zurecht. Da denkt der Körper, das ist ein Fremdstoff, das greift mein Immunsystem an und dann hast du wirklich nur Ärger damit, dir geht es nicht gut, hast Kopfschmerzen, hast einen Durchfall, dann ist das für dich nichts. Ganz einfach. Und das, was so auf dem Markt ist, zeige ich euch mal mein State-of-the-Art-Produkt. Das ist, ich habe mal eben geguckt bei mir an der Figurmacherei, ich glaube, ich habe 30 verschiedene Eiweißprodukte hier. Ich probiere, manchmal laufen die sogar ab. Aber egal. Das hier zum Beispiel ist ein Produkt, das ist ein Mischprodukt, das ist ein Mehrkomponenten-Eiweiß, das ist Inko Pro 80. Meines Erachtens ist das best schmeckende Eiweiß. Und jetzt kommt es für Eiweiße und Menschen, man kann das hier einmal so sehen, es gibt ja blaue, rote und grüne Menschen, das wisst ihr ja. Und blaue wollen alles ganz genau wissen und die wollen zahlen, die wollen das greifbar haben. Und jetzt könnt ihr vielleicht zu Hause mal gucken oder einen Zettel oder eben eine Notiz machen und mal auf euer Eiweiß zu Hause schauen, ob überhaupt ein sogenanntes Aminogramm oder das heißt richtig Aminosäurenprofil draufsteht. Und das zum Beispiel weiß ich, das ist sehr gut, das ist der Aminosäurenprofil, hier steht Leuzin. Leuzin ist so die wichtigste Aminosäure zum Muskelaufbau. Leuzin, wenn genug Leuzin da ist, also ungefähr drei Gramm pro Mahlzeit, dann geht ein Aufbaumechanismus los, der heißt M-Tor. Das ist so, das ist ein Gesetz. Genauso wie beim Auto die Zündkerze dafür da ist, dass das Benzin-Luftgemisch explodiert und nicht der Blinker. Und deswegen, wenn du jetzt zu Hause bist oder dir das Video anguckst oder später, schau mal bitte auf dein Eiweißprodukt. Wenn du auf Zahlen stehst und du willst das Beste vom Besten haben, dann sieh zu, dass du das Leuzin auf 100 Gramm Eiweiß über 10 hast. Am besten 12 ist ein Traum. Das wäre also Oberknaller von der Wertigkeit her. Leuzin ist nur einer Aminosäure, andere sind auch noch wichtig. Aber ich mache immer so am Leuzin fest, wie gut ist das Produkt? Also wie hochwertig ist das Produkt? Dann kann man die anderen sich auch noch angucken. Aber ich mache es als Grundlage erstmal, Leuzin. Wenn man jetzt ganz alles weitermachen müsste, jede einzelne Aminosäure, dann wären wir morgen früh noch nicht fertig. Das wäre dann eine richtige Ausbildung zum Eiweißexperten. Aber ich denke, so reicht das erstmal als großer Tipp. Und hier zum Beispiel hat ein Chemical Score von 155. Das ist etwas Ähnliches wie biologische Wertigkeit. Die biologische Wertigkeit bestimmt ja, wie viel Eiweiß von dem, was du isst, kann im Körper umgewandelt werden zu körpereigenen Eiweiß. Also zu Haut, Haare, Fingernägel und natürlich auch Muskulatur. Die biologische Wertigkeit kann es aber nicht messen. Die biologische Wertigkeit wäre also, das hat damals Kofrani mal gemacht, das war ein Eiweißforscher, der hat halt Ratten gefüttert mit verschiedenen Eiweißprodukten und hat die dann geschlachtet danach und hat geguckt, wer hat am meisten Muskeln aufgebaut und wer hat am wenigsten Muskeln aufgebaut. Und anhand dieser Zahlen hat er dann die biologische Wertigkeit so festgesetzt. Wie Wasser kocht bei 100 Grad, hat er gesagt, Vollei ist 100. Das Aminosäurenprofil von Ei ist, also Vollei ist 100. Und wenn du dann mehr hast, das wird dann ausgerechnet mit einer Tabelle, mit einem Chemical Score heißt das dann, also Tabelle, man guckt, was hat das Ei und guckt dann daneben, was hast du, beziehungsweise in diesem Fall hat man, musst du mal darauf achten, hier ist das Vergleichsprotein der WHO, der Weltgesundheitsorganisation von 2007. Also man muss immer das Referenzwert angeben und gucken, wie weit bin ich davon entfernt, von der Top-Empfehlung. Und das kann man natürlich ausrechnen mit Tabellen. Mittlerweile gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die sogenannte biologische Wertigkeit und Verwertbarkeit auszurechnen, aber das machen wir ein anderes Mal, wenn ihr da Bock drauf habt, da gibt es noch den DIAs und den PDCA und wie die alle heißen. Und das können wir gerne machen. Schreibt gerne in die Kommentare, ja, ich will es genau wissen, ich will alle zahlen, dann machen wir das. Mir fällt doch gerade ein, ich habe eine Community, das ist die School, das ist diese Community und die heißt, da heiße ich, oder heißt meine Online-Plattform Figurmacherei. Und da werde ich nachher noch einen Eiweiß-Ratgeber hochladen, den ich mal auf ganz vielen Jahren geschrieben habe, der heißt Eiweiß macht schön. Auch einer meiner ersten Vorträge hieß so. Also, nochmal zurück. Milchprotein oder Casein wird dick, macht satt, kann man Cocktails mitmachen, manche wird das zu dick und deswegen gibt es solche mehrkomponenten Eiweiße wie diese zum Beispiel. Da ist also ein, guck mal immer auf die Zutatenliste. Wenn einer Zutatenliste als erstes Milchprotein steht, dann weißt du, oh, das wird dick. Das macht satt. Wenn als erstes Molkenprotein steht, dann weißt du, ja, das wird nicht ganz so dick. Das macht dich ganz so satt. Und dann musst du mal gucken, was ist für dich jetzt besser? Vom Gefühl her. Ich kenne Personen, die sagen, oh, ich nehme nur Casein, da habe ich mehr. Und es gibt Leute, die sagen, nee, ich nehme auf jeden Fall Molke, weil Molke macht mich nicht so voll. Das läuft besser durch, da bin ich nicht so lange satt. Das ist nicht so mächtig, sagen manche. Und dieses Protein zum Beispiel hier, das ist Milcheiweiß als erstes. Dann haben wir hier ein Maltrex-Train, das kommt also aus dem Aroma. Dann haben wir also Milcheiweiß, Molken-Eiweiß. Wie geht es weiter hier? Was haben wir noch? Und Hühnereiweiß. Das heißt, so drei Komponenten-Eiweiß. Das hier, damit kannst du dir ganz geile Cocktails machen. Oder auch was Leckeres trinken. Schmeckt also wie so ein Milchshake beim Italiener. Ich habe noch eins, was ich nehme. Das ist von, soll auf jeden Fall keine Verkaufsveranstaltung werden. Ich möchte nur, dass ihr seht, was es gibt. Deswegen habe ich alle verschiedenen Produkte. Ich habe hier zum Beispiel ein reines Casein. Das ist von Bodybuilding Depot. Und mir gefällt das so, dass das so in so einer Tüte ist. Also das ist halt so wenig Verpackung. Das heißt, die Verpackung ist total einfach, total günstig. Und für mich ist ja der Inhalt wichtig. Und das ist der Butterkeksgeschmack. Butterkeks ist meine Welt. Und reines Casein, Butterkeks wird richtig dick. Wenn du auf Diät bist und du ballerst dir das morgens rein, dann musst du echt schnell trinken, weil das schnell dick wird. Und das macht dich satt. Dann musst du richtig viel trinken, Wasser dazu trinken. Dann bist du ganz, ganz, ganz lange satt. Und hast deinen Körper die ganze Zeit mit tollen Aminosäuren versorgt. Also das wäre dann reines Casein. Ein Produkt, was ich damals mitentwickelt habe, das war 1999. Da war ich noch bei Multipower. Das war damals überhaupt No. 1. Das gibt es heute in der Tüte. Damals gab es diese geilen großen Dosen. Vielleicht kennt ihr die noch. Das ist das sogenannte Formule 80. Und wer ganz lange dabei ist, der kennt auch Formule 80 plus 10. Da war ich so 18. Da gab es Formule 80 plus 10. Und dieses plus 10 bedeutet, da ist Kollagen drin. Und auch irgendwann, Kollagen ist minderwertig. Da kannst du keine Muskeln aufbauen. Heute ist Kollagen der geilste Shit. Also kollagene Peptide überall. Also Schein oder wie heißen die Dinger da? Habe ich jetzt vergessen. Kollagen, gut für den Darm, gut für die Gelenke, gut für die Haut, und gut für die Leber, wegen dem Glycid und so weiter. Also Kollagen, das können wir auch noch ein Video darüber machen. Aber heute geht es grundsätzlich um die Eiweißprodukte, die so ein bisschen schmecken und die so ein bisschen satt machen. Das wäre dann halt dieses Produkt hier. Das ist von der Wertigkeit noch etwas höher. Und auch von der Zusammensetzung hier kannst du drauf schauen. Da hast du vor, als erstes Calciumcasinat, also Milchprotein, und dann Molkenprotein Isolat. Man heckt euch das Wort Isolat. Isolat bedeutet kein Fett, kein Zucker, komplett isoliert. Man hat also das Eiweiß komplett aus der Molke rausgezogen. Bei Konzentraten sind immer noch Kohlenhydrate und Fette enthalten. Das heißt für dich, wenn du das Beste vom Besten willst, dann wieder, gerade beim Molkenprotein drauf gucken, ist es ein Molkenprotein Isolat. Das ist das Beste vom Besten. Weil du hast kein Fett, kein Zucker. Wenn du sagst, ach, ich bin eh in der Aufbauphase, ich will jetzt, ich brauche Masse, dann kannst du auch normales Molkenprotein konzentraten. Welches Eiweißpulver ist beim FSH am besten? Ja, meins. Ich habe extra für das FSH entwickelt, wenn ich es gerade so sage. Ich habe extra einen sogenannten Figurshake, gemacht, der ist, damit kann man auch backen und alles im FSH-Programm. Ich habe die Reihenfolge hier ein bisschen verändert. Ich habe die Reihenfolge, also Hälfte, Hälfte gemacht. Ich habe Milcheiweiß 47%, Molkeneiweiß 45% und dann noch Eiprotein dazu. Dann ist es zum Backen besser. Also da ist die Mischung Molke, Milch, Hälfte, Hälfte ungefähr am besten. Weil da kannst du alles mitmachen. Wenn du ein bisschen weniger Wasser nimmst, wird es auch dick. Dann kannst du es auch flüssiger machen als Shake. Oder du kannst es mit Pancakes machen. Was ich beim FSH-Programm noch mache, das ist ja mein Diätprogramm. Ich mache in der zweiten Hälfte nur reines Ei-Protein. Reines Ei-Protein ist, wenn du jetzt keine Probleme hast, irgendwie Autoimmunerkrankungen, ist für mich das beste Protein, wenn es darum geht, dass du wirklich trocken wirst. Also dass wirklich unter der Haut auch das Fett weggeht. Dass du auch nicht aufgeschwemmt bist. Das ist dann für mich so der Knaller. Ich hoffe, ich habe euch nicht verwirrt bisher. Also wir haben Milcheiweiß, das wird dick, macht sehr lange Sack. Wir haben Molkeneiweiß, das wird dünn. Und wenn du beides zusammen machst, dann hast du eine gute Mischung von beiden. Ja, kannst du bei mir auf der Seite bestellen. Das FIGUR-Shake. Genau. Also, ich glaube, ich habe nur noch eine Dose. Es geht immer weg wie warme Semmeln. Milcheiweiß, sehr lange Sack. Der wird sehr dick. Milcheiweiß, Molke zusammen. Kann beides sein. Kann dick oder flüssig sein. Molkenprotein alleine läuft sehr schnell runter. Macht eigentlich nicht satt. Molkenprotein alleine ist wirklich top, top, top für Bodybuilder. Weil die müssen ganz schnell Aminosäuren haben, ganz schnell Energie haben, ganz schnell wieder Hunger haben, damit die überhaupt zunehmen können. Und ich sehe das häufig bei Kundinnen von mir, die sagen, ja, ich habe das Whey-Protein von ESM oder so. Das ist auch sehr bekannt. Das ist auch vollkommen in Ordnung, das Produkt. So ist, du kriegst das so schnell wieder Hunger von. Und du hast diese hohe Insulinausschüttung, was wieder Hunger macht. Und das ist für ein Bodybuilder mego. Aber ich würde als Frau sowas nicht trinken, wenn ich nicht unbedingt viele Muskeln hätte. Also wenn ich richtig Knaller bin und ich trainiere wie ein Ochse, dann kann ich das machen. Weil wenn ich jetzt eher so sage, hey, ich muss arbeiten, ich habe Frau, ich habe Familie, ich habe Kinder, ich gehe zum Training. Ja, ich weiß, Eiweiß ist wichtig. Dann würde ich eher Milcheiweiß oder ein Milchmolken-Eiweiß-Mischprotein nehmen. Genau. Das, was ich zurzeit ausprobiere, weil es war jetzt ein bisschen wärmer in letzter Zeit. Morgens schön kalte Milch, vielleicht sogar noch Eiweiß, vielleicht noch Eiswürfel rein. Ich habe diese 75 Gramm Proteinmilch da von Schwarzwald-Dings. Das heißt also, wenn du 300 ml nimmst, bist du schon bei 21, 22 Gramm Eiweiß. Bei höheren ml bist du schon bei 30 Gramm Eiweiß. Und dazu mache ich mir dann, ich zeige euch mein Lieblingsprodukt. Auch eine ganz andere Marke. Also hier ist keine Werbesendung, sondern ich zeige euch nur so das, was ich habe, was ich mag. Vielleicht habt ihr das auch und mögt das auch. Ich habe hier, das ist für mich der absolut schönste und geilste Shake morgens, also auf Coffee-Basis, also so ein Eiskaffee-Shake sozusagen. Der ist jetzt von Iron Max mit Chocolate Flavor. Ich habe das einfach mal so gesehen und mir gekauft. Schick mir mal bitte den Preis von deinem Eiweiß. Oh, weiß ich gar nicht. 35 Euro oder so? Ich weiß es nicht im Kopf. Den habe ich gesehen, gekauft, angerührt, habe gedacht, Knaller. Leider im Moment ausverkauft. Und dann habe ich mir einen anderen gekauft, so das populärste. Das ist dann hier von ESN. Das ist dieses Expresso, Flexpresso. Auch die Nährwerte ungefähr gleich. Aber nicht so mein Geschmack. Was heißt das jetzt? Von dem hier konnte ich mit kalter Milch am Tag vier Stück trinken, ohne Probleme. Und hier von zwei muss ich mir schon so nicht reinwürgen, aber ist nicht so ein Genuss. Aber das ist Geschmack. Das müsst ihr selber sehen. Beides sind Molten-Proteine, werden also beide dünn. Ich habe aber noch von letztem Jahr, hatte ich noch ein mega Ding, auch eine andere Marke. Sinop. Shit is not our business, heißt das. Die Sinop. Shit is not our business. Jedenfalls, Eiskaffee von Sinop. Sehr gute Werte, sehr guter Geschmack. Trinke ich, muss ich noch aufmachen. Ich habe noch ein neues von Nutrent. Habe ich noch nicht probiert. Hat von diesen ganzen Schokodingern, von den Kaffeedingern, die besten Nährwerte bisher. Weiß ich aber noch nichts zu. Und das ist auch so ein Ding. Weißt du, wenn du dir einen Eiweißpulver kaufst, dann kannst du da in verschiedenen Richtungen rangehen. Du kannst sagen, ich bin Wissenschaftler, ich bin ein Nerd. Und ich will wissen, wo ist das brutalste Aminosäurenprofil drin und so. Aber schmeckt vielleicht kacke. Aber dafür hast du das beste Aminosäurenprofil. Und die anderen sagen, muss schnell gehen, muss sich gut auflösen, fertig. Und der Nächste hat vielleicht noch so ein paar Umweltgedanken oder so, wenn er sich ein Eiweiß kauft. Also dann müsst ihr immer gucken, was ist so euer Ding. Für mich eher, also früher war ich auch so, ich habe immer drauf geguckt als erstes. Aber heute bringt mir das nichts mehr, weil was bringt mir das, wenn es sich schmeckt? Das ist so ein Thema mit EAA, da kommen wir auch noch gleich zu. Was noch ein Knaller ist bei den Proteinen, und das kann ich euch jedem empfehlen, jeder, der so sagt, das ist ein Milchzeug, das mag ich nicht. Ich bin mit Schoko, Erdbeeren, Vanille ist, bin ich mit durch, ist das sogenannte Clearway. Das ist zum Beispiel mein Lieblingsprodukt, wie heißt die Marke überhaupt, Live Pro. Clear Isolate, Isolate heißt wieder Isolat, kein Zucker, kein Fett. Doch 0,1, wow, also gar nichts. Das schmeckt supergeil nach Zitrone, ich mache da noch ein bisschen Zitronensaft mit rein. Kaltes Wasser dazu, kannst du so wegtrinken, schmeckt wie Limonade. Also das ist für alle die Leute, die sagen, ey, ich brauche Eiweiß, aber ich mag dieses ganze Vanillekram nicht mehr. Für den ist dieses Wässrige hier der Knaller. Ich selber habe auch eins in meiner, meine Marke heißt ja Figurliebe, ihr mögt es mir verzeihen, ich zeige es mal. Dieses hier. Ich habe Clearway, Sweet Apple und Eist-T-Firsich. Auch hier 0,5 Gramm Fett auf 100, also nichts. Und 2,5 Gramm Kohlenhydrate, also auch eine, die auf nichts ist, aber Portionen unter 0,1 Gramm Fett. Und pro Portion 0,6 Gramm Kohlenhydrate, unter 0,1 Gramm Zucker. Also auch das hier von mir, top. Wie gesagt, die kannst du dir anmischen und dann vielleicht, wenn du bei der Arbeit irgendwie die Möglichkeit hast, einen Kühlschrank oder so da reinstellen und dann zwischendurch wegzischen. Mega. Ich habe hier noch ein paar andere gekauft, Hubba Bubba, Hubba Bubba Eiweiß, das ist auch so ein Clearway, hat auch die gleichen Nährwerte, 0,1 Fett, maximal 3 Gramm Kohlenhydrate, 74 Gramm Eiweiß. Das ist auch ein Clearway, wird auch mit Wasser angerührt, habe ich ganz klar gekauft, weil Hubba Bubba draufsteht. Da habe ich überhaupt nicht auf die Werte geguckt, also, oh Gott, Hubba Bubba, kenne ich von als Kind noch, habe ich diese dicken Kaugummis gehabt, kaufe ich mir. Und habe mir sogar dann noch eins gekauft, Hubba Bubba Cola, erinnert mich an meine Kind, schmeckt nicht so wie ein Kaugummi, aber was habe ich hier noch? Hubba Bubba, was ist denn das? Ah ja, Blaubeer. Ihr seht also, da gibt es die tollsten Geschmacksrichtungen, ja, da ist natürlich Süßstoff drin, in dem Tod musst du sterben. Entweder du trinkst es neutral, das kriegst du aber nicht runter, oder du kaufst eins mit Süßstoff. Wenn du irgendwas süß haben willst, musst du entweder Zucker reinmachen oder Süßstoff. Und ich habe ja auch schon ein Video gemacht zu Sucralose, ich sehe da überhaupt kein Problem, da gibt es überhaupt nichts Schlimmes gegen. Und wenn jetzt jemand 20 Kilo Übergewicht hat und sagt, ah, aber da ist Süßstoff drin, dann hast du ein ganz anderes Problem als Süßstoff im Eiweiß, dann hast du ein Problem mit deiner ganzen Ernährung und nicht mit irgendeinem Eiweiß-Shake, der wahrscheinlich das Beste wäre, was du den ganzen Tag trinken würdest. So, also eine Sache zeige ich euch noch für die Leute, die sagen, Süßstoff ist nichts für mich, Aroma ist nichts für mich, ich will das nicht, aber ich weiß, ich brauche Eiweiß, habe ich noch einen Knaller? Habe ich deswegen extra auch für die ganzen Schilddrüsen-Patienten, für die ganzen Leute, die Autoimmunerkrankungen haben, die sagen, ich würde ja gerne Eiweiß trinken, aber ich kriege dann Pickel, ich habe dann Durchfall, ich habe Blähbauch, was auch immer, habe ich hier 100% Amino, das ist keine Süßstoffe, keine Farbstoffe, nichts. Und 100%, das heißt, hier sind 100 Gramm Eiweiß und 100 Gramm Pulver, keinerlei Zusatzstoffe, nur Aminosäuren, allerdings tierische und synthetische, für Veganer nicht geeignet. Und das ist wirklich für Leute, für die Neurotransmitter, für die Leute, die immer nicht nur an Muskeln denken, sondern auch sagen, hey, Eiweiß ist gut für meine Schilddrüsen-Hormone, Eiweiß ist gut für meine ganzen Hormone, ist wichtig für die Leberentgiftung, für die ist sowas am besten. Also auch bei mir im Shop, jetzt habe ich schon ein bisschen Werbung gemacht, ihr könnt mir verzeihen noch nicht, aber ich habe auch ganz viele andere Produkte gezeigt. So, und jetzt ist noch die zweite Frage gewesen, was ist jetzt EAA? Wann soll ich jetzt was nehmen? Ich zeige euch mal so ein paar EAA-Produkte, einfach mal, ach so, eins habe ich noch vergessen, zwei Sachen habe ich noch vergessen, die wollte ich euch noch zeigen, und zwar hier, wenn ihr mal so ein Fertigdrink euch kauft, ich habe mir gestern auch so ein Fertigdrink, also so ein Clearway, das heißt jetzt hier Waywater, ich habe mir mal gestern so ein Clearway, nee, Dienstag war das, Dienstag ein Clearway gekauft, ich habe mich erschrocken, es war kein Fett drin, kein Zucker drin, fand ich schon mal gut, aber nur 4 Gramm Eiweiß auf 100 ml, das heißt eine Flasche hatte gerade mal 20 Gramm Eiweiß, das ist okay, aber dafür war es echt zu teuer. Und dieses Ding hier hat 7 Gramm Eiweiß auf 500, das heißt 35 Gramm Eiweiß auf 0,5 Liter. Also da müsst ihr mal drauf gucken, nur weil da irgendwie Protein draufsteht oder Weight draufsteht, heißt das nicht, dass da auch wirklich knaller viel drin ist. Hier sind wirklich 35, es sieht nicht so fancy aus, muss ich ganz klar sagen, dieses hier sieht irgendwie langweilig aus, aber ist von der Zusammensetzung mega gut. Kein Fett, kein Zucker, nur Eiweiß. Und das schmeckt jetzt hier nach Kirsche, Sweet Kirsche oder Sherry. Also ein bisschen drauf achten, wie viel ist denn drin, das kostet alles Geld und wenn ihr dann irgendwie so eine tolle Flasche kriegt, die total geil aussieht und die ganzen Influencer saufen die, weil die die umsonst kriegen, glaubst du, die Influencer bezahlen den Kram, die saufen die Dinger da weg und sagen, boah, das ist das Beste. Und dann guckst du, was? 4 Euro, 20 Gramm Eiweiß? Das ist komisch, oder? Also für mich jetzt. Da bin ich dann auch wirklich, ich bin nicht geizig, aber ich muss niemandem das Geld in den Rachen schmeißen. Okay, eine Sache wollte ich noch zeigen. Das erste Eiweißprodukt, eins der ersten Eiweißprodukte in Deutschland vor 40 Jahren wurde das auf den Markt gebracht. Pepp 85 von Inko, Inko Spor, ist eine ganz große Marke, sehr unbekannt, weil es eher nur in Premium-Clubs unterwegs ist. Die haben halt Außendienstler, die verkaufen online nichts. Sie wollen das 1 zu 1 Kundengeschäft machen. Dieses Eiweiß wird für 40 Jahre gemacht, das ist jetzt nicht 40 Jahre alt, das wird nochmal neu aufgelegt, zum 40-jährigen Jubiläum. Toffee, das war der Oberknaller. Genau, früher war das alles ein bisschen anders. Also als ich dann, wie alt war ich da? 20, 28, 25. Also mit 20 konnte ich das erste Mal was kaufen, hatte ich ein bisschen Geld. Und da gab es so große Eimer, so Farbeimer, 4,5 Kilo von Multipower. Und da musst du dir vorstellen, jeder hatte so einen großen Eimer sich gekauft. Ich weiß noch, in Aprikose hatte ich das. Boah, das ist egal. Jedenfalls, das kostete damals auch 150 Mark. Weiß ich noch. Da musste ich lang für sparen. Und da hat jeder sich so einen Eimer gekauft und dann einen Namen draufgeschrieben. Und diese Eimer standen in so einem Lager, in so einem Regal im Studio. Und da hast du immer gesagt nach dem Training, Thomas, ich hätte gern einen von meinen Shakes. Dann hat er den Eimer geholt und hat Milch genommen und hat Eiweißshakes aus deinem Eimer reingemacht. Dann war das billiger. Das war Loyalität. Du hast da gekauft, wo du trainiert hast. Du hast da gekauft, wo du die besten Tipps bekommen hast. Da gab es nicht Internet oder irgendwie sowas. Du bist ins Studio gegangen. Der hat dir gesagt, so geht Band drücken oder so geht weiß ich was. Dann hast du alles klar. Hier ist der Beitrag. Und Eiweiß kaufe ich bei dir. Weil du hast mir die Übung gezeigt, wie das geht. Und du hast mir gesagt, was ich essen und trinken muss und so. Also das war Loyalität. Da ging gar nicht anders, dass man irgendwo anders was gekauft hat. Auch wenn das irgendwo anders billiger war. Du bist da hingegangen. Thomas, gib mir das. So, also das war vor 40 Jahren. Und vor 40 Jahren, oder warte mal, ja, vor 40 Jahren, gab es auch sogenannte BCAAs. BCAAs, ihr müsst euch das so vorstellen, es gab eine sogenannte Diätverordnung. Weil die gibt es immer noch. Und die Blechbüchse von Arnold. Hier, Tino schreibt, kennst du die Blechbüchse von Arnold? Mit halb Kohlenhydrate, halb Protein und voll mit Zucker. 1200, ja. Das war Amino, Aminovit hieß das. Oder Crash-Wake-Gain Nummer 7 von Arnold damals. Ich weiß noch, wir haben die dann uns mal, also der Studiobesitzer hatte die nicht, weil die so teuer war. Und ich weiß noch, eine Dose von dem Aminovit von Arnold Schwarzenegger kostete 79 Mark. Das war damals viel Geld. Normalerweise, eine normale Eiweißdose kostete 38 Mark, weiß ich noch. Und die von Arnold Schwarzenegger 79 Mark. Da gab es einen Geschmack, der war Rumtrüffel und der schmeckte vom Allerfeinsten, weil da war so viel Zucker in dem Zeug. Das heißt, der Zucker, der hat sich gar nicht aufgelöst. Wenn du so getrunken hast, da war unten immer noch so viel Zucker drin. Aber da schmeckte es so geil, dass ich mir da wirklich, da sollte man glaube ich 70 Gramm pro Mahlzeit machen. Und ich habe immer nur 30 genommen, damit die Dose lange hält, weil es so gut geschmeckt hat. Weil es war so teuer, also für mich auf jeden Fall und für alle war das eigentlich teuer. Und, ihr seid ganz verwöhnt jetzt. Ihr habt hier YouTube, ihr habt Instagram, ihr könnt die ganzen Leute trainieren sehen, wie die ganzen Influencer trainieren, machen und tun. Früher, wenn man das sehen wollte, musste man sich Videokassetten kaufen. Da kostete eine Videokassette 279 Mark. Die haben wir uns dann immer zu fünft gekauft und haben die dann kopiert. Und irgendwer hat dann die schlechteste Kopie gehabt. Der hat dann halt die Pokarte gezogen. Aber, musst dir vorstellen, 279 Mark. Die Videokassette, die hieß dann The Battle for the Mr. Olympia. Was heute die ganze Zeit, jetzt war ja gerade die New York Pro, wer das vielleicht gesehen hat, da war ja Tim Boudesheim, Emya war da und die Damen, weiß ich gar nicht, Lisa und so. Das könnt ihr alle so jetzt gucken. Das war damals unmöglich. Da musste man ein Jahr warten, bis die Videokassette fertig war und dann 279 Mark. Ich weiß es noch wie heute. Einmal zum Geburtstag, weiß ich noch, zum 21. Geburtstag. Haben mir alle Jungs zusammengeschmissen. Ich habe eine Videokassette bekommen von Mike Quinn. Mike Quinn ist leider schon verstorben. Aber der war damals für mich der Größte. Für mich. Ich fand den am besten. Und die haben zusammengeschmissen und wir haben hier für 240 Mark diese Videokassette vom Training mit Mike Quinn geschenkt. Und wisst ihr, was die Arschlöcher gemacht haben? Die haben dann irgendwie so eine andere Hülle genommen. Irgendwie was mit zärtlichen Schwestern oder irgendwas. Ich denke, was soll ich denn mit so einem Porno filmen? Und dann mache ich den auf und dann war der Mike Quinn drin. Bam. Heute lädt es irgendwo runter oder so. Okay. Also Eiweißpulver, hoffentlich habe ich das für euch. Ansonsten noch die Veganpulver. Gibt es ja auch ganz viele. Soja ist meines Erachtens nicht zu empfehlen. Ist sehr umstritten. Gibt es ganz viele Sachen, die dagegen sprechen. Mike Quinn sah top aus. Es gibt Reisprotein, es gibt Hanfprotein, es gibt Erbsenprotein. Meistens ist so die Mischung davon ganz gut. Jetzt vom Aminosäurenprofil her. Du musst halt bloß gucken, was kriegst du runter davon. Meistens schmeckt es sandig. Aber manchmal geht es auch nicht anders. Und wer halt vegan eingestellt ist, der muss das dann halt was trinken. Aber die sind jetzt so, wenn die gut zusammengemischt sind, nicht schlecht von der Wertigkeit her. Okay. Eiweißpulver. Und dann kam die Frage noch, was ist denn überhaupt mit diesen ERAs? Jetzt einmal zurück zu früher. Früher gab es eine Diätverordnung und da stand drin, man darf keine einzelnen Aminosäuren irgendwo rein oder durfte man nicht. BCAAs waren damals, die schon länger dabei sind, die erinnern sich, war aus Zuckerrübenmelasse. Zuckerrübenmelasse, das ist ein Abfallprodukt aus der Zuckerherstellung und da sind viele BCAAs drin. Und das roch auch ganz unangenehm. Und das waren dann so Tabletten. Erstmal gab es so Tabletten und dann, es gab auch mal so ein Pulver davon, das waren dann so Lactalbuminhydrolisate. Hydrolisate, das schmeckt so nach Erbrochenem. Man hat also so Pulver, was nach Erbrochenem schmeckt, verrührt mit Lemon oder mit Grapefruitgeschmack und hat das dann am Body. Es war so scheußlich. Es war wirklich scheußlich, aber man hat es getrunken, weil irgend so einer mit so einem Arm gesagt hat, das wäre geil. Aber es schmeckte nicht, es war wirklich widerlich. Und heute darf man ja einzelne, die Diätverordnung hat sich geändert, da steht es drin, du darfst einzelne Aminosäuren zusammenpacken in einem Produkt. Also ich zeige hier nochmal, jetzt gibt es hier auch einzeln synthetisch, das ist also BCAA, das sind drei Aminosäuren, die die Muskulatur schützen und die Muskulatur aufbauen, drei Aminosäuren. Und die EAAs, ich zeige euch mal ein anderes Produkt, dieses hier, zum Beispiel, das ist hier von Bodyshaker, Bodyshake, EAA, das hat acht bis neun Aminosäuren, essentiell Aminosäuren. EAA, das heißt Essential Aminosäuren, du musst wissen, das gibt, die essentielle Aminosäuren kann der Körper nicht selber herstellen, die musst du ihm geben. Und er baut sich dann da was zusammen, wie mit Lego-Steinen baut er sich da was zusammen. Und deswegen sind die EAAs gut für Leute, die abnehmen müssen. Weil diese EAAs, diese essentiellen Aminosäuren, erhalten die Muskulatur bei minimaler Kalorienzufuhr. Das heißt, du musst dir so überlegen, ein Shake hiervon, EAA, das sind dieses Produktes oder ein anderes, hat 47 Kalorien mit 10, 12 Gramm Eiweiß, entspricht einem 30 Gramm Whey-Protein, was so 120 Kalorien hat. Das heißt, man kann also mit diesen Produkten sehr viele Kalorien sparen und dadurch besser seine Muskulatur erhalten. Diese EAAs sind gut nach dem Training, mittlerweile würde ich sagen, für Leute, die nicht schlafen können, die vorm Schlafen gehen, trinken, zusammen mit etwas Obst, für die Insulinausschütten, dann bist du müde, für Tryptophan wird alles ins Gehirn transportiert, du kannst besser schlafen. Und du reinigst deine Leber. Die Leber braucht Aminosäuren, um sich zu regenerieren. Also, EAAs, Kalorien einsparen, wenn du keine Kalorienprobleme hast, aber du hast so ein Kopfproblem, dass du sagst, ich brauche immer Eiweiß, sonst werde ich zu dünn und dann sehe ich aus wie Hannes Dünnmast, dann kannst du dir natürlich das hier kaufen und jederzeit trinken als Limonade, zwischendurch morgens eintrinken, nachmittags eintrinken, abends eintrinken. Und für die, die auf Diät sind, die ihre Kalorien berechnen müssen, nehmen ein, zwei Shakes davon, um ihren Eiweißbedarf besser zu decken mit weniger Kalorien. Das sind jetzt hier welche vom Body Shake, ich weiß gleich, was ist das hier für ein Shopping Blast. Da die Aminosäuren sehr gut sind, ich habe mir auch, sehr wichtig sind, ich habe noch selber welche mal gemacht, das sind hier meine, EAA Complete von der Firma Figurliebe, also meine Firma, Eistee Pfirsich, die Leute, die es einmal bestellen, bestellen es immer wieder, also ich schätze mich mal, dass es schmeckt. Ich persönlich mag es auch, die sind auch vegan, also Veganer können auch EAAs trinken. Also da hat man weniger Kalorien, aber trotzdem ein gutes Aminosäurenprofil. Ich habe hier jetzt noch eins, EAA, für die Leute, die sagen, ich muss da auch ein bisschen, ein bisschen, darf man keine anderen? Nein, nein, du kannst Eiweiß trinken, welches du willst, du bist über 18, du kannst machen, was du willst, also das ist kein Problem, nur wenn man eine Empfehlung braucht, dann kann man noch meins nehmen, aber wenn du noch welche hast, nehmen die, ich würde bloß keine, im FSH-Programm keine reinen Molkenproteinen trinken, weil die zu viel Hunger machen. Das hier zum Beispiel ist auch, sieht sehr langweilig aus, das ist das neue Produkt von Inko EAA und ist gesüßt mit Stevia. Und das macht natürlich für die Leute Sinn, genau, Stevia, das macht für die Leute Sinn, die sagen, ich kann mit Sucralose nicht ab, ich kann Aspartam nicht ab, ich habe da Probleme mit, die nehmen das hier. Ein schlechtes EAA-Produkt habe ich auch für euch, zeige ich euch, habe ich selber mal gehabt, ist dieses hier. Das steht drauf, EAA-BCR, hört sich erstmal ganz gut an, was wenn du hinten drauf guckst, dann hat das 39 Gramm Kohlenhydrate auf 100 und ein EAA-Produkt soll keine Kohlenhydrate haben, ein EAA-Produkt soll Eiweiß haben, also man hat zwar 98 Gramm Eiweiß drin, aber EAA ist ja Eiweiß und wenn man davon jetzt 39 Gramm Kohlenhydrate hat, dann ist das für mich nicht so ein wichtiges Eiweißprodukt. Wenn man hier zum Beispiel schaut von Body Shaker, das hat nur 5 Gramm Kohlenhydrate, wahrscheinlich aus den Aromen, das Inko steht nicht drauf, wir haben eine andere Deklaration, ups, wo ist es meins hier? Und ich habe 2 Gramm Kohlenhydrate, also Eiweiß muss für mich Eiweiß haben und nicht Kohlenhydrate. Genau, so, also das wäre jetzt für mich jetzt so, ist sehr günstig, schmeckt auch gut, aber hat mir zu viel Kohlenhydrate. Ja, also und dann können wir nächstes Mal, wenn ihr Lust habt, über Kollagen reden, was ist das? Und, und, oder, oder, habe ich auch noch mal Bock drauf, über Trainingsbooster zu reden. Trainingsbooster sind ja dazu da, um die Trainingsleistung zu verbessern. Da ist Beta-Alanin drin, Arginin, Citrolin, es gibt irgendwelche mit Fokus und ohne Fokus. Ich habe mir mal auch einen zusammengebaut damals und da hatte mir jemand diesen Namen vorgeschlagen, ich habe den dann genommen, aber das ist leider nichts geworden. Also Hot Cherry Lady heißt er. Das ist so ein Trainingsbooster mit Kirschgeschmack, Citrolin, Arginin, Beta-Lin-Coffeein. Trinke ich auch vom Training, können auch Männer trinken. Da muss ich noch mal einen anderen Namen für mir ausdenken. Ich habe es auch Musseltoner genannt, versteht auch keiner. Manchmal muss man halt, muss man halt irgendwas ausprobieren und merkt, das funktioniert nicht. Aber wer noch nie was im Leben gewagt hat, wer noch nie im Leben Fehler gemacht hat, noch nie was gewagt hat, deswegen, ich finde es ganz gut, mal alles auszuprobieren. Das Produkt selber ist ein Knaller, aber der Name ist wahrscheinlich für die meisten nicht greifbar. Deswegen werde ich es wahrscheinlich auch, ich glaube, im Originalen heißt es Hard Booster oder so, so werde ich es wahrscheinlich später nochmal nennen. Und dann habe ich halt meine Ideen, die ich mal hatte, mir ist dann mal nichts geworden, passiert. Ja, dieses Video wird hochgeladen auf meinem Kanal, auf dem Instagram-Kanal und es wird auch mal auf YouTube hochgeladen hochgeladen und es wird auch als Podcast auf Podigy hochgeladen. Also ihr könnt es auf jeden Fall wieder sehen und ihr könnt auch gerne jetzt nochmal, wir haben ja noch ein paar Leute drin und es hat sich eigentlich, es sind wenig Leute rausgegangen aus dem Live. Wenn ihr noch eine Frage habt oder eine lustige Anekdote wie Tino, der ist ja auch schon, ich weiß gar nicht, wie alt Tino ist. Tino, wie alt bist du? Ist auch schon so alt wie ich, nicht ganz, glaube ich. Der hat natürlich auch die ganzen Anfänge mitbekommen, da waren wir die komplett bescheuerten Eiweißkasper, jeder hat das bescheuert gefunden, aber heute sehen wir besser aus als die, die uns damals beleidigt haben. Och, guck, Tino ist sogar noch älter als ich. 57. Ich trinke heute Bier, alkoholfreies Bier mit Cola Light. Schmutz nennt man das oder Diesel, glaube ich. Gut, ansonsten noch ein Tipp, wenn ihr jetzt sagt, ja, aber ich bin preissensitiv, ich muss auf mein Geld achten und ich möchte aber gerne Eiweiß haben, dann mache ich euch den Megatipp hier. Juliane möchte bei meinem Live-Video dabei sein. Möchtest du das wirklich? Dann schreib mal unten rein, dann lasse ich dich rein oder hast du falsch gedrückt? So, das hier zum Beispiel ist ein super Molkenprotein, WPC-80. Ja, mache ich gleich. Molkenprotein, WPC-80 von Bodybuilding Union, Bodybuilding Depot heißt mir richtig, Bodybuilding Depot. Das kostet nur um die 20 Euro. Das Kilo. Ist ein Kilo gewesen. Ah, ein Kilo. Also das kannst du zwischen 20 und 25 Euro bekommen, weil die Verpackung so billig ist. Aber das Produkt da drin ist wirklich gut. Ich habe das hier in Butterkeks, ihr seht, ich habe schon fast wieder ausgetrunken. Das läuft so runter, das ist total klasse. Dass jetzt noch ein Thema wäre, wäre Thomas Müller, Fußballspieler. Der ist für mich total super, der hat ESM wirklich einen guten Schachzug mitgemacht. Wir haben Thomas Müller genommen, der hängt in der ganzen Stadt rum. Ich habe den heute schon einmal in Hamburg gesehen und natürlich auch in der Werbung gesehen. Der hat da so einen Drink, so einen Ready-to-Drink-Eiweiss-Shake und der ist sehr gut. Und wisst ihr auch, warum der sehr gut ist? Weil er wirklich Eiweiß enthält, wenig Zucker und wenig Fett und das, was er braucht. Du brauchst Eiweiß. Ich finde den Shake, erstmal der Shake ist sehr gut. Der Thomas Müller ist sympathisch. Und wenn der jetzt wirklich überall gezeigt wird, dass der Eiweiß-Shake trinkt, kann ich mir vorstellen, dass diese ganzen Leute, die gegen Eiweiß und gegen Bodybuilding sind, was alles behindert finden und die eigentlich nur Bier trinken wollen beim Fußball. Wenn die vielleicht jetzt sogar, weil ich mein Eiweiß trinken, wäre ja gar nicht schlecht. Weil das Thema Ernährung und Fußball ist, glaube ich, eher so eine Sache, die nicht so läuft. Also von daher gut. Lecker ist auch ein bisschen MCT-Öl ist drin, ist besser als Sonnenblumenöl. Ich weiß nicht, wer von euch diese Sendung kennt, Höhle der Löwen. Da gibt es doch diesen einen Drink, den in der Höhle der Löwen dann von dem Mann mit den Apps dann verkauft wurde, verkauft wird. Wie heißt der nochmal? Y-Food. Genau, Y-Food. Die Werte von dem, sieht besser aus als, this is food, das ist Y-Food, Y-Food. Die hatten damals bei, ich gucke mir das gerne mal an, bei Höhle der Löwen da irgendwie gesagt, die haben da irgendwie so ein Zertifikat von irgendeiner amerikanischen Uni. Kann ja sein, aber es entspricht jetzt nicht der deutschen Mahlzeiten, nicht der deutschen Diätverordnung für Mahlzeitenersatz und da sind natürlich auch Fruktose drin. Fruktose ist grundsätzlich nicht schlimm, nicht schlecht, aber man muss es nicht extra zuführen im Drink. Da hat es nichts zu suchen. Und genauso hat Sonnenblumenöl da nichts drin zu suchen. Das sind so Sachen, die sind nicht mega top. Also wenn ich so einen Gesundheitsdrink habe, dann will ich auch mega top Sachen haben. Und das kostet arschviel Geld, aber ist das natürlich durch einen unheimlichen Werbedruck natürlich in die Märkte gedrückt. Und dadurch ist es bekannt und ich sehe tatsächlich Leute, die sich sowas kaufen. Dann würde ich ja am liebsten wegnehmen und den Shaker geben und sagen, mach der da Eiweißpulver rein und dann bei der Arbeit bist der unter dem Wasserhahn, schüttel das durch und dann hast du was Richtiges und nicht irgendwie so einen fertigen, komischen Kram. Also ich persönlich finde es nicht gut. Da ist das von Thomas Müller und ESN schon viel, viel besser. Wobei, so ein Shake wie ESN da hat, die haben ja alle. Den gibt es bei Body Attack, den gibt es bei Inku, den gibt es bei Vida, da gibt es überall diese Milch, Eiweißshakes, fertig, ready to drink, gibt es ja schon seit Jahren. Das Einzige, was jetzt wahrscheinlich neu ist, dass ein Fußballer dafür Werbung macht. Aber ich finde es gut, dass die Leute nicht nur für Chips Werbung machen, ich meine, der wird ja auch Geld dafür bekommen, ja. Das ist auch richtig so. Der hat ja auch jahrelang gespielt und gemacht und getan. Da soll er auch sein Budget da bekommen. Besser als wenn er Funny Chips bewirbt oder Nutella oder so. Vielleicht wer von euch hat die Pressekonferenz gesehen? Ein bisschen her mit Ronaldo. Der hat das ganze, da war Pressekonferenz, hat die ganze Cola zur Seite geschoben und hat gesagt, drink water. Also der ist auch gut. Ronaldo ist auch ein Toptyp. Der wäre dafür auch klasse. Den könnte man wahrscheinlich nicht, also wenn Ronaldo den Drink trinken würde, nie, ich habe doch vom Fußball keine Ahnung. Aber wenn Ronaldo das Ding trinken würde, dann würde das jeder trinken, glaube ich. Ronaldo und Wasser, genau. Ja, habe ich gesehen, genau. Ronaldo hat gesagt, trinkt Wasser. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der mal Eiweiß-Check trinkt, so wie der aussieht, der ist ja ein Top-Body, der Typ. So, also, wenn ihr noch eine Frage habt zu Eiweiß oder EAA oder BCAA, schreibt sie gerne jetzt rein. Jetzt ist die Möglichkeit. Ansonsten lade ich das hoch, werde das dann morgen entsprechend in den Caption dazu schreiben. Und dann werde ich es auch in eine Story schicken, dass es dann jeder sehen kann. Ansonsten bedanke ich mich für wirklich sehr viele Leute heute Abend. Also, das finde ich echt viel, die hier drin waren. Also, es scheint wohl 20, 21, 20 Uhr auch gut zu sein. Okay. In diesem Sinne, wollen wir sehen, was bei mir im Shop jetzt los ist. Also, bis dahin. Tschüss, tschüss. Keep on pumping und trinkt euer Eiweiß. Freunde der essentiellen Aminosäuren. Tschüss. Tschüss. Tschüss.